Hip-Hop lebt. Das beweist Bruce Ekenjee in seinem Workshop, bei dem er jung und alt die Kultur der einzigartigen Tanztechnik näher bringt. Im Rahmen des Impulstanzfestivals vermittelt der junge Künstler in Sachen Hip-Hop-Dance jedem, der Interesse hat, die Grundschritte dieser Tanzrichtung. Der Andrang am ersten Kurstag ist enorm, denn die Tanzjünger verehren den jungen Hip-Hop-Lehrer. Ja, weil der Bruce ein bekannter Lehrer ist und ein sehr guter Lehrer und von ihm kann man viel lernen und darum mache ich das. Weil ich gehört habe, dass der Bruce auch ein sehr guter Lehrer ist und es hat sich auch bestätigt. Bruce ist trotz seines geringen Alters bereits ein Veteran des Hip-Hops. Mit nur elf Jahren groovt er ja schon in einer Pariser Gruppe und tourt seitdem als Profitänzer durch die halbe Welt. Wer aber mit Hip-Hop die protzende Bling-Bling-Fraktion aus dem Fernsehen verbindet, liegt falsch, denn Hip-Hop ist mehr. Hip-Hop Bling-Bling, der Bling-Bling-Hip-Hop für mich ist nicht Hip-Hop. Für mich ist Hip-Hop Frieden, Liebe und Unität und Spaß. Es ist nicht, wie viel Geld du hast oder wie viele Mädchen du hast. Nach nicht einmal zwei Stunden sind bei den Teilnehmern bereits deutliche Erfolge zu erkennen. Was angesichts des Enthusiasmus, den Bruce im Herzen trägt, kein Wunder ist. Wer jetzt den Groove bei sich entdeckt hat, kann noch bis zum 25. Juli bei Bruce die angesagtesten Moves erlernen. Weitere Infos zum Workshop findet ihr unter impulstanz.com. Hip-Hop ist mein Leben. Ich war mit ihm geboren. Ich war mit ihm. Ich war mit ihm. Ich habe mit ihm entwickelt, und ich werde mit ihm sterben. Hip-Hop ist mein Leben. Ich werde niemals aufhören. 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 Ich werde niemals aufhören.